Musik Hasumi Hey zusammen, ich starte wieder mit meinem Nasen-Kit. Gut, hierfür nehme ich ein wenig Öl in die Hände, damit das nicht ganz so kleben bleibt. Ihr kennt das ja schon von mir. Ich werde mir jetzt erstmal die Augenbrauen wegmodellieren. Und forme mir dann eine Hexennase. Das ist so ein bisschen wie Kneten. Ich würde euch aber empfehlen, einen Hautkleber, Mastix, drunter zu verwenden, damit das Ganze besser hält. Das ist übrigens der Look der Hexe aus der Neuverfilmung von Hänsel und Gretel. Hübsch nicht? Als nächstes forme ich mir noch ein ausgeprägteres Kinn. Und ein paar Unebenheiten in der Haut. Solltet ihr euch für solch einen Look für Halloween entscheiden, dann kann ich euch aber empfehlen, diese Schritte zu überspringen und direkt mit dem Make-up anzufangen, da es doch sehr aufwendig ist und eventuell nicht halten könnte, wenn ihr zu wild feiert. Kleine Stärkung zwischendurch. Das ist übrigens ein Mango-Smoothie. Meine Augenbrauen rande ich mit Weiß, weil ich mit dem Spezialeffekt gleich nicht bis ganz unters Auge gehen werde. Als nächstes kommt ein Spezialeffekt dazu, das sogenannte Scary Skin. Das nehme ich aus der Tube und mische es ein ganz klein wenig mit meiner allerhellsten Foundation. Mit einem Pinsel tupfe ich mir das Produkt vorsichtig in die Haut. Da ihr aber jede Menge davon braucht, geht es wirklich einfacher mit den Fingern. Die Übergänge könnt ihr euch mit Wimpernkleber oder mit Latexmilch versiegeln. Nun umrande ich mir die Augen mit einem dicken, fetten, schwarzen Kajal, um das dann hinterher gut zu verblenden. Und dann vertiefe ich das Ganze noch mit einem dunklen Lidschatten. Jetzt geht es an die Augenbrauen. Mit so einem Feinliner geht das richtig gut. Und den verwende ich auch, um mir eine brüchige Haut zu zeichnen. Einige Stellen ziehe ich etwas dicker nach, die anderen lasse ich dünn, damit wir mehr Tiefe in die Struktur bekommen. Anschließend gehe ich nochmal mit etwas Lidschatten über die Stellen. Meine Lippen, die male ich jetzt auch nur schwarz aus. Die Kontantlinsen habe ich von Musquirl. Den Link dazu mit dem Rabattcode findet ihr in der Infobox. Zum Schluss noch etwas zahnlang und dann seid ihr auch schon fast fertig. Jetzt tupfe ich mir nochmal den Haaransatz nach und auch sonst alle Stellen, die jetzt noch zu sehen sind. Fertig ist jetzt das Make-up. Ihr findet alle Links zu den Produkten nochmal in der Infobox. Yay! Ich muss das Zeug jetzt auch wieder runterbekommen. Es gibt jetzt bestimmt gleich eine Sauerei. Aber ich hoffe, ich kriege alles ab. Ich muss meine Kinder gleich aus der Kita und aus der Schule abholen. Oh Gott. Hey, wenn das nicht abgeht. Hier. Doch. Die Zähne. Ich kann ja meinen Kindern mal sagen, was passiert, wenn sie ihre Zähne nicht mehr weiterputzen. Oh Gott. Ich glaube, ich muss mir den Rest jetzt mal mit einer Bürste und Wasser und Seife runterschrumpen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, dann hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Bis bald. 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 Bis bald.